Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier jetzt die angekündigten Artikel, nämlich Veko Flashbang, die es beim Lidl für 3€ die 10er Packung gibt, also für 2,99€, gegen die Niko Flashbang, die es für 5,99€ oder 6,99€ online zu kaufen gibt pro 10er Packung. Ja, ich würde sagen, ich stelle die jetzt mal hin und dann zünden wir die auch direkt. Wir fangen jetzt hier an mit dem Veko Flashbang. Das fliegt halt nach oben. Ach nee. Hast du ihn drauf gehabt? Ja, im unten rechten echten Ding. Geht ja. So, dann machen wir hier nochmal. Der war erstaunlich gut, möchte ich mal kurz dazu sagen. Jetzt machen wir den von Niko. Den Niko Flashbang. Der wird ein paar Mal mäßig, hoffentlich. Ja, die hören sich mal richtig gut an. Und jetzt nochmal einer vom Veko Feuerwerk. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, die von Veko die Flashbang, die waren richtig gut. Der Senfair waren die richtig gut. Oder die von Niko waren richtig schlecht. Das ist echt schwer zu sagen, denn hier die Location gibt einfach so einen geilen Sound her, dass die alle ziemlich Bombe rüberkamen. Aber die waren halt gleich laut. Naja, ich würde sagen, die von Veko, die lohnt sich auf jeden Fall. Das war sogar die alte Charge der Niko Flashbang und davon bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir wie immer gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über Kommentare und Kritik freue ich mich immer sehr. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verfassen wollt, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein und bis dann.